Was geht, Leute? Wir spielen wieder eine Runde Call of Duty Black Ops 3 und zwar eine Runde... Oh, Herrschaft. Gucken, was geht. Und erstmal, man kennt ihn. Mal alles stumm schalten. Alles irrelevant. Ja, der ist gut, der hier. Meine Fresse. Oh, Junge, ihr könnt eben aufhören hier jetzt halt. Ja, ne, ist klar. Ich spiele eine Runde Herrschaft auf Fridge. Oder Fridge. Mal gucken, ob wir mal die Reisen finden. Weil ja mal das Black Ops 3 so von den Teilen, die so draußen sind. Also jetzt mal alle Teile abgesehen, also... Ranking führt an zu 2 Black Ops 4, weil wegen dem Battle Royale Moses ist ganz angenehm. Habe ich schon in der Beta gespielt, um das... Gratis-Beta, also wo man zu Teilen spielen kann. Äh, so viel Geld will ich noch nicht ausgeben, beziehungsweise... Wenn nichts Geld hätte, würde ich es. Ich habe auch keine Lust und keine Zeit, also lohnt sich das für mich nicht. Geld habe ich ja. Black Ops 4 ist auf Platz 1, wirklich. Danach WP 2, danach kommt... Äh, äh... Ja, auf jeden Fall. Äh, Infinite Warfare ist, meiner Meinung nach, das schlechteste Spiel. Aber ich spiele es trotzdem, weil ich da ein bisschen Bock drauf habe. Und danach kommt Black Ops 3. Das ist das zweitschlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Das ist in meinen Augen. Ja, Moin. Er konnte mich gar nicht sehen, aber alles klar. Hecker. Digga, bist du ein Hurensohn? Hör auf mit A-Bot zu spielen um das Geburt. Weil du sonst nichts anderes Kans, komm. Wirklich. Ja, jetzt klar. Das kommt doch da, ist klar. Hundertprozentig A-Bot. Das ist schon mal so. Das ist so. Hurensohn. Ja, ist klar, Digga. Wer will die mit A-Bot spielen? Ja. Hören wir mal diese A-Bot da. Sehr schön. Wir müssen halt erstmal einen halten können. Ja, ist klar, Digga. Wir verlieren A-Bot. Hä? Hä? Ja, Digga. Spuchtel, Alter. Oh, er ist so ein drickiger Wurensohn, ne? Wir verlieren A-Bot. Hä? Ja, Digga. Spuchtel, Alter. Junge. Scheiße, Junge. Oh. Oh. Das war mal Black Ops. Heißt schon so eklig. Solche Leute. Ja, das ist... Pils Black Ops 3 ohne Witz. Als ob das Magazin jetzt leer war. Alles klar, Digga. Bis gewohlt. Wofür stirbst du? Ne. Leucht jetzt nicht. Die Alba ist abgesichert. Digga. Kontradrohne erwarten Befehle. Wir verlieren... Ne, die Alba jetzt verändert. Zünde ich, äh... Charlie wird gesichert. Wir verkehren Alpha. Wir werden hier dominiert. Aggressiver wir... Schnellt in der Schiffe. Sichern Sie. Sichern Alpha. Sie sind gesichert. Schaut nach vorn. Es kommt noch eine Runde. Achtung. Fotzen. Fotzen auf A gesichert. Wir verlieren Charlie. Wir haben A verloren. Oh, Junge. Ja, als ob ich so... Das kann nicht sein. Weil die Scheiß-Internet gerade wieder ausbauen. Ja, ist klar. Ich bin trotzdem wieder Erster. Das war alles Mutant. Oh, furchtbar. Äh, man kann gar nicht so sehr runden. Man hat das gemacht, weil ich mich noch gekillt. Das kann nicht. Ich habe mich noch gekillt. Das kann gar nicht sein. Halbzeit. Das kann man nicht so gut sein. Sicher auch. Das kann man nicht so gut sein. Spionage aktiv. Der Feind hat Bier. Kalasse Einsatzgebiet. Verbündete Vorräte nähern sich. Feindliche Drohne gesichtet. Halbzeit Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Drohne verlässt Einsatzgebiet. Konterdrohne zerstört. Outrider fordert Konterdrohne an. Sichern Alpha. Elektronische Gegenwaffen am Landteam. Ja, ne, ist klar. Mich wird jetzt irgendwo gucken, dass der nicht mal beim Feind... Ja, dass er nicht mal beim Feindzeitermill ist. Oh, nice. Cooler aus Level 16. Sehr schön. Aufkleber, achten. Spiele ich jetzt die hier? Jetzt will ich mich mal ein bisschen gemaxed bekommen. Vorräte über uns. Sicher, bravo. Verbündetes, verstärktes Geschütz eingesetzt. B ist abgesichert. Vorräte unterwegs. Wir verlieren B. Rüber da. Ja, jetzt sind wir mit 13. Oh, okay. Ja, vielleicht können wir jetzt mal ein Wänden. Ja, nämlich. Ja, ist klar. Drohne. Verbündete Schwiebeladung unter Wies. Normal Null. Du brauchst gar nicht geiern. Missgeburt. Kampfroboter bereit zum Einsatz. Schau, jetzt kriegen wir es einigermaßen geregelt. Wir haben es nur noch Kampfroboter. Kr-Einheit. Junge. Drohnen-Energie-Level bei 5%. Rückkehr zur Basis. Ein Firebreak weniger. Batterie zerstört. Ja, läuft. Rassler. Ich kann ja leid. Sehr schön. Das gefällt mir. Wir verlieren Sie. Läuft nicht. Nicht nicht. Ach, was. 5K-Einheit-Ausschüsse, sehr schön. Oh. Ja, man muss... Ja, ist klar, Digga. Wir verlieren Sie. Digga. Was ist heute mit dem Internet los, Mann? Oh, ich habe nichts laufen. Kein Handy, gar nichts, Digga. Das ist unglaublich, ey. Oh, Digga, dieses Internet-Fold echt. Abfuck. Digga, was rasiere ich heute, no? Eines Street macht der anderen, no? Hey, Digga, was macht... Ja, ist klar. Also heute ist das Internet echt abfuck. Wir haben zwei Spots und wir sind immer noch... ...und verlieren, Digga. Wir halten die schon voll lange. Verbündete Flügeladung eingesetzt. Danke für die Arbeit. Ohne Verlässt. Wir haben noch nicht gewonnen. Konzentriert euch. Ziel am Boden. Oh, laden noch. Weil das Internet war nur so kack, wenn jemand nebenbei noch YouTube schaut oder ist ja nicht. Oh, heute sind sich hier anscheinend irgendwas am Internet herum machen. Nicht im Basteln. Oh, das ist Spuchteln. Meine Fresse. Teammates können auch nicht von hinten absapen, ne? Wir verlieren B. Schnell beladung eingesetzt. Bedrohung neutralisiert. Wir verlieren C. Beute erledigt. Scheiße. Hey, Digga. Es backt voll rumgerade. Was ist das? Digga, warum? Warum? Ich mache nichts außer Black Ops gerade spielen, Digga. Was ist das? Oh, bei sowas kriegt es viel. Hey, Digga. Das ist ein Witz, ist das doch. Jetzt halt mich schon wieder wenig, ist klar. Team Aids, was macht ihr? Inkompetenten Idioten. Digga, was ist das? Hä? Digga. Das liegt nicht an meinem Internet. Das liegt an dem scheiß Call of Duty. Oh. Dreckes Internet ohne Hits. Nicht zu viel. Oh, nix. Furchtbar. Scheitern wird nicht belohnt. Zurück zur Basis, zur Besprechung. Das war gar nicht mal scheiße. Gut gemacht. Ja, tu mich auch. Oh, Digga. Oh, mein Team Aids ist voll schlecht, Alter. Was ist das? Ich bin nur, ich bin spielrunden Wester. Wir haben trotzdem verloren. So, ja, mein Witz ist das. Ich glaube, ich rufe jetzt mal an, mein Anbieter, das geht ja gar nicht, Alter. Ich bin nur, ich bin gerade parallel auf dem Aufnehmen, das ist ja kein Internet. Weißt du? Das ist unglaublich, ja. Ach, mein Schalter ist bald. Oh, ein Verschalto. Jöööööööööööööööö. Kann ich das anpassen? Wo kann ich das anpassen? Hä? Was soll ich denn hier anpassen können? Vollgang. Wie meinst du kann ich das anpassen? Hä? Ja moin, wie keins. Hä, was soll ich denn hier anpassen? Scheiße kann ich hier anpassen. Ja, ist klar. Oh, ist das Spiel nämlich. Da hab ich auch... Punktserie, einfach mal gründel. Rockstar. Aufsatz. Neues hier in Tarnung. Hä? Was soll ich denn hier personalisieren, Digga? Schwul? Auf Prestige. Aufsatz. 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 halte kanal macht sich gut macht das schaum ach ja was wir sagen weil ich ganz festen wochen hat ich wenig zeit bei den verprüfungen beziehungsweise für arbeiten würde wie besser ich mache eine ausbildung oder babysitten das übliche halt kennen das freundin nicht von nachletzten woche woche eine party und da war ich ein bisschen viel beschäftigt und so und jetzt sieht sie noch kacke aus richtig kacke ich werde das jetzt hochladen und dann aufräumen so guck ich das habe ein bisschen zeit für die schlüsse verproduziert haben ja ich habe nicht mehr auf platte das ist nicht gut ja und vorerst geben und aktuell nicht weiter weil es ging keine zeit keine luste keine luste kann ich nicht nachziehen ich habe verbaut auf der zeit kann man verziehen so bin ich noch nicht anders und ja das war es eigentlich von euch gefallen hat abonniere kanal das video teil der kanal macht sich gut was besser